Heiko Maas-Nathalia Wörner, das einstige Glamour-Paar. In den vergangenen Monaten war es bereits sehr still geworden um das einstige Glamour-Paar der deutschen Politik. Zwar hielten die beiden ihr Privatleben von Anfang an aus der Öffentlichkeit heraus, zu Red-Carpet-Terminen tauchten die Schauspielerin und der SPD-Mann jedoch stets als Paar auf. Das änderte sich, nachdem Heiko Maas sich Ende 2022 endgültig aus der Politik zurückzog und mehr oder weniger von der Bildfläche verschwand. Heiko Maas-Nathalia Wörner, Trennung im verflixten siebten Jahr. Gemeinsame Auftritte fanden fortan nicht mehr statt. Nun ist klar, warum. Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, teilten die beiden über ihre Anwälte mit. Wir werden uns freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft. Eine recht kühle und sachliche Erklärung. Woran die Liebe zerbrach, darüber schweigen die Schauspielerin und der Ex-Politiker Eisern, ließen nur verlauten. Wir bitten zu akzeptieren, dass wir aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre dazu keine weiteren Erklärungen abgeben. Sie galten lange als das absolute Glamour-Paar im politischen Berlin. Der mächtige Außenminister und die beliebte Schauspielerin mit den Traumquoten im deutschen Fernsehen. Wenn Heiko Maas, 56, und Natalia Wörner, 55, in Smoking und Abendkleid über die roten Teppiche bei der Berlinale oder dem Filmfest in Kanschritten, schien sich das Blitzlichtgewitter wie auf Knopfdruck zu verdreifachen. Ein schönes Paar, ein schillerndes Paar, ein glückliches Paar. So schien es. Und so war es auch lange. Doch jetzt ist alles aus. In einer gemeinsamen Erklärung hat das Paar über die deutsche Presseagentur seine Trennung bekannt gegeben. Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft. Das Beste für die Zukunft? Sollte die nicht mal gemeinsam gestaltet und gelebt werden? Die Gerüchte wurden zuletzt immer lauter. Wer Heiko Maas näher kennt, kann sich ausmalen, wie sehr er sogar mit dieser Erklärung gerungen haben muss. Die Scheidung von seiner Ex-Frau Corinna, 49, erwähnte er vor fünf Jahren in einem Nebensatz während eines Spiegel-Interviews. Wahrscheinlich hätte er sich auch bei dieser Trennung gerne weiter weggeduckt. Doch die Gerüchte wurden zuletzt immer lauter und jetzt wollte man also Klarheit schaffen. Und damit auch Fakten. Auf Instagram hatte Natalia Wörner gerade Fotos aus dem Israel-Urlaub gepostet, während Heiko Maas recht vertraut mit der Juso-Vorsitzenden Emily von Zromalberte. Schon länger hatte man das Paar nicht mehr gemeinsam gesehen, seit einem Jahr gab es keine öffentlichen Auftritte mehr, noch nicht einmal bei einem der Sommerkonzerte in der Berliner Waldbühne, die sie früher gerne zusammen besucht hatten. Auf Instagram hatte Natalia Wörner gerade Fotos aus dem Israel-Urlaub gepostet, während Heiko Maas, ebenfalls auf Instagram, recht vertraut mit der Juso-Vorsitzenden Emily von Zromalberte, und dafür viele bissige Kommentare erntete. Nicht nur, weil er da offiziell noch mit Natalia Wörner liiert war. Als Ex-Außenminister sei das in der jetzigen politischen Lage kein angemessenes Foto, so die einhellige Meinung bei den Kommentaren. Ihre Beziehung geriet immer mehr in Schieflage. Aber politisch ist er eh komplett kaltgestellt. Nachdem die SPD 2021 die Bundestagswahl gewonnen hatte, gab es für den amtierenden Außenminister plötzlich einfach kein Amt mehr. Das hat ihn tief getroffen, hieß es damals in seinem Freundeskreis. Noch mehr, dass Annalena Baerbock, 42, seinen Job übernahm und der ganzen Welt mit viel Schwung zeigte, wie man sich damit ein Profil erarbeiten kann. Natalia Wörner hielt zu ihrem Partner, freute ich über mehr gemeinsame Zeit, wie sie damals bunte verriet. Doch es war keine leichte Zeit zu Hause. Einen frustrierten Mann immer wieder aufzubauen, das kann auf die Dauer extrem zermürbend sein, für beide Seiten. Er hatte nichts mehr zu tun und sie arbeitete eher noch mehr als früher, drehte einen Film nach dem anderen. Ihre Beziehung geriet immer mehr in Schieflage. Undiene sicheret und Io so wir